Das erste Nails on Tour Event findet statt und zwar am Sonntag, den 14.07. von 10 bis 17 Uhr. Und wo? In Griesheim, in und um das Stofflager drumherum. Mit dabei sind auch noch die Firma Schmetz, die Firma Brother, die Firma Lutherloh und Schnittenliebe. Ihr könnt da Sachen ausprobieren, ihr könnt neue Sachen sehen. Es gibt so kleine Mitmachbereiche, ihr bekommt da Sachen gezeigt und ihr könnt den Tag dann natürlich auch noch einkaufen. Essen und Getränke würde es den Tag natürlich auch noch geben, damit wir einen wundervollen Tag mit netten Gesprächen, tollen Stoffen, neues Wissen und natürlich einfach nur mit vielen, vielen begeisterten Nails verbringen können. Also tragt euch den 14.07. in den Kalender ein. Die Tickets gibt es auch schon zu kaufen und den Link zum Ticketshop packe ich euch mal unter das Video in die Infobox. Hi ho und willkommen bei mir zu Hause. Heute zeige ich euch eine kleine, aber feine Idee, wie ihr endlos Reißverschlüsse aufpimpen könnt. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst auch nicht das Glöckchen zu aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich Bescheid, wenn es hier bei mir auf dem Kanal ein neues Video gibt und das passiert ein, zwei Mal in der Woche. Manchmal hat man halt einfach nicht den passenden Reißverschluss für sein Nähprojekt zu Hause. Und mit dieser einfachen Inspiration könnt ihr halt noch einen individuellen Reißverschluss für euer Projekt zaubern. Am besten eignen sich dafür Endlosreißverschlüsse, weil man da den Zipper abmachen kann. Man muss nämlich wirklich ganz, ganz nah an der Reißverschlussraupe entlang nähen. Und dabei ist es egal, ob ihr einen 3 oder 5 Millimeter Reißverschluss nehmt. Ich habe beides probiert und bei beiden hat es funktioniert. Und je nachdem, wie es euch gefällt, könnt ihr es knallig und auffällig machen oder aber so, dass der Reißverschluss fast schon im Nähprojekt verschwindet und man ihn kaum sieht. Die Idee eignet sich auch perfekt für Reißverschlussreste, auch wenn der Zipper und der Reißverschluss mal farblich nicht zusammenpassen. Denn durch den Stoffbezug sieht der Reißverschluss ja dann gleich ganz anders aus. Bevor es jetzt losgeht, wie am Anfang schon gesagt, das erste Nähdls on Tour Event findet statt. Tickets gibt es zu kaufen. Den Link zum Ticketshop packe ich euch unter das Video in die Infobox. Und falls ihr nicht wisst, wie die Infobox aufgeht, dazu habe ich schon mal ein Video gedreht. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben bei dem i. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ihr benötigt einen Endlosreißverschluss mit Zipper, zwei Stücke Stoff, dünne Popeline, 4 Zentimeter breit und so lang wie euer Reißverschluss ist. Und am besten den Stoff nochmal bügeln, sodass er schön glatt und eben ist. Den Zipper vom Reißverschluss ziehen, dann ein Stoffstück mit der rechten Seite nach unten auf die Zähnchen vom Reißverschluss legen und mit einer Reißverschlusskante bündig abschließen. Und dann knappkantig an der Raupe entlang nähen und so den Stoff direkt an der Raupe, an dem Reißverschluss festnähen. Und zwar auf der Seite, wo der Stoff bündig an der Reißverschlusskante anliegt. Am besten eignet sich dafür natürlich ein Reißverschlussfüßchen und wenn ihr eure Nadelposition auch noch nach ganz links verschieben könnt. Den Stoff von den Reißverschlusszähnchen wegziehen, sodass nun die rechte Stoffseite nach oben zeigt. Am besten nochmal etwas drüber streichen und dann von der Rückseite knappkantig an der Reißverschlusskante entlang den Stoff am Reißverschluss festnähen. Ich nähe übrigens mit einer 90er Universalnadel und habe die ganze Zeit eine Stichlänge von 2,5 genommen. Den überstehenden Stoff einfach direkt an der Reißverschlusskante entlang abschneiden. Und die erste Seite ist schon fertig verziert, also wirklich easy peasy. Ihr könntet das jetzt auch so lassen, aber wenn ihr die zweite Seite gerne auch verzieren möchtet, dann wird das auf genau die gleiche Art und Weise gemacht wie die erste Seite. Den übrigen Stoff mit der rechten Seite nach unten auf die Reißverschlusszähnchen liegen, mit der Reißverschlusskante abschließen und dann ganz ganz knappkantig an der Raupe entlang den Stoff am Reißverschluss festnähen. Da ich bei meinem Schnellnäher die Nadelposition nicht verstellen kann, ist mein Reißverschlussfüßchen an dem Fuß verschiebbar. Und so kann man halt auch bei einem Schnellnäher beeinflussen, wie dicht die Nadel halt an der Raupe einsticht. Wieder den Stoff von den Reißverschlusszähnchen wegziehen, drüber streichen und dann von der Rückseite knappkantig festnähen. Man kann natürlich auch ganz vorsichtig den Stoff umbügeln. Aber da ich hier zum einen eine Kunststoffraupe habe, dürfte das Bügeleisen wirklich überhaupt nicht an die Kunststoffzähnchen rankommen. Und naja, das Bügeleisen gehört halt auch nicht zu meinen favorisierten Nähgadgets. Den überstehenden Stoff ebenfalls wieder knappkantig abschneiden und dann muss nur noch der Sipper aufgefädelt werden. Das hat mir früher wirklich Kopfschmerzen bereitet, weil das war eine riesen, riesen Fummelei. Und ich habe dafür auch immer mehrere Anläufe gebraucht. Aber seit ich den Sipper-Auffädler von Himmelrosa benutze, geht das wirklich ratzfatz. Einfach an der Tischkante festschrauben, da ist auch so ein Schutz dran, dass man die Tischkante nicht verletzt. Schön stabil ist er auch noch dazu und dann einfach nur mit einem Sipp ist der Sipper aufgefädelt. Ich packe euch den Link zu dem Sipper-Auffädler mal unter das Video in die Infobox. Und so einfach könnt ihr halt noch mit Stoff- und Reißverschlussresten einen passenden Hingucker für euer Nähstück zaubern. Und wenn ihr Lust auf einen wundervollen Tag habt mit tollen Gesprächen, Stoffstreicheln, Rabatten und natürlich mit lauter anderen nähverrückten Nädels, dann kommt am 14.07. zu unserem ersten Nädels-on-Tour-Event in Griesheim. Ich mag ja diese kleinen Ideen, die man bei vielen unterschiedlichen Nähprojekten mit einbinden kann besonders. Denn egal, ob ihr jetzt ein Schlüsselmäppchen, Kosmetiktäschchen, Rucksack oder Taschen näht, überall könnt ihr diese kleine Reißverschlusstechnik anwenden und so halt nochmal einen absolut individuellen Touch eurem Nähprojekt geben. Und ich wette, bei vielen von euch zu Hause liegen Reißverschlussreste rum. Manchmal braucht man halt eine bestimmte Farbe für das eine Projekt und hat dann nur noch so ein Stückchen übrig. Und diese Farbe passt dann aber zu keinem anderen Projekt mehr, was man hatte. Und mit dieser einfachen Idee könnt ihr das halt passend für das Projekt machen, was ihr jetzt nähen möchtet. Wenn ihr noch gerne eine andere Inspiration möchtet, könnt ihr auch gerne nochmal hier in das Video reinschauen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Durchstöbern eurer Reißverschlussreste und natürlich auch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal!